Hey Torben, wie groß soll eigentlich dein nächster Fernseher sein? Ja! Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de. Und Torben, danke, dass du mir heute hilfst. Du musst mir auch irgendwo helfen, weil ich glaube, alleine würde ich das niemals hinbekommen, so einen riesen Fernseher auszupacken. Vielleicht, damit man sich das besser vorstellen kann, 98 Zoll, das sind über 2,5 Meter Bildschirmdiagonale, 2,6 Quadratmeter Bildschirmfläche. Das heißt, für gut 2.000 Euro, 2,6 Quadratmeter, ist eigentlich günstiger als jede Wohnung hier in Köln. Und das ist ja nicht nur irgendein Fernseher, sondern der hat auch ordentlich was im Gepäck, oder? Korrekt, alle HDR-Formate, 144 Hertz Gaming und Google TV. Wir packen den jetzt mal zusammen aus und werfen da einen gemeinsamen Blick drauf. Ja, das ist jetzt hier kein Greenscreen hinter uns, Fitos. Nee, sondern wirklich alles hinter uns ist vom Fernseher gefüllt. Aber so, wenn ich das jetzt so sehe, auch auf dem Monitor, ich könnte so auch arbeiten. Also ich kann verstehen, warum die Hollywood Studios mittlerweile quasi auf so eine Art und Weise ihre Filme produzieren. Darum wird es natürlich bei unserem Test nicht wirklich gehen. Sondern einerseits natürlich, was der Fernseher grundsätzlich kann. Aber ich glaube, so ein Fernseher der Größe, der steht auch noch vor ein paar anderen Herausforderungen, oder? Auf jeden Fall. Also ich denke mal, HDR wird wahrscheinlich so ein paar Schwierigkeiten machen, obwohl er alle Formate unterstützt. Und dann wird sich mal zeigen, wie er sich im Gaming schlägt. Ich glaube, da wird er sich ganz gut schlagen. Aber ich glaube, so einen riesen Fernseher, den kaufst du einfach für den Preis, einfach weil du einen großen Fernseher haben willst. Ja klar, ne? Also spannend fände ich auch, wie er, sag ich mal, mit schrägen Betrachtungswinkeln umgehen kann. Weil, wenn man relativ nah davor sitzt, dann schaut man automatisch auf manche Ecken gerade und auf manche schräg drauf. Und was man hier jetzt schon so ein bisschen erkennen kann, es ist natürlich kein High-End-Gerät. Das heißt, man sieht hier unsere Studiobeleuchtung sich im Fernseher spiegeln. Ich kann mir vorstellen, dass ein Fernseher dieser Größe auch für viele von euch interessant ist. Gerade da der ein oder andere ja doch ein paar Meter vom Fernseher entfernt sitzt. Und, weil das Ding ja eben so günstig ist. Er ist ja noch gar nicht im Angebot. Es kann ja wirklich sein, dass ein 98-Zoll-Fernseher, das muss man sich mal überlegen, noch unter 2000 Euro fallen wird. Und dann wäre das wirklich eine krasse Ansage, oder? Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, Torben, du darfst das Ding jetzt mal messen, testen. Und dafür räume ich mal das Videostudio hier, weil ich glaube, sonst passt der auch nirgendwo rein. Nee. Und ich denke, ihr seid auch gespannt drauf. Deswegen in den nächsten Tagen kommt bestimmt unser Testbericht für den TCL 98-Zoll-Fernseher.